In diesem Video gebe ich dir einen einfachen Einstieg zur Musiktheorie in Verbindung mit der Gitarre. Und du kannst dieses Video auf jeden Fall gucken, wenn du schon ein bisschen mit der Gitarre vertraut bist. Wenn du ganz frisch am Instrument bist und du hast noch nicht deine ersten 5, 6, 7 Songs wirklich mal vollständig durchgespielt in einer vereinfachten Version, dann empfehle ich dir nicht unbedingt mit Theorie anzufangen, weil du hast davon noch keinen Nutzen. Es ist für dich jetzt wichtiger, dass du einen spielerischen und guten Umgang mit der Gitarre findest, um einfach mal ein paar Akkorde daraus zu holen. Das ganze Theoretische dahinter ist für dich nicht so wichtig. Es ist allgemein nicht unbedingt notwendig, aber hilft dir in schon bestimmten Situationen extrem weiter. Warum es schon zu empfehlen ist, dass man die Grundlagen der Theorie nach einer bestimmten Zeit sich auf jeden Fall draufzieht. Wir gucken uns jetzt genau dieses Notensystem hier nämlich mal an. Auf dem Bildschirm siehst du hier nämlich ganz links diesen Notenschlüssel. Den hast du garantiert schon öfters gesehen. Das ist ein G-Schlüssel oder Violinschlüssel. Der heißt so, weil der Startpunkt hier auf der zweiten Linie von unten liegt und weil dieser Startpunkt eben das G ist. So, und diese Note hier, das G, das ist die Note, von der du ausgehend dir alle anderen Namen von Noten jetzt herleiten kannst. Denn Noten können in zwei verschiedenen Bereichen in diesem System existieren. Sie können einmal auf der Linie existieren, sodass diese Linie durch die Note hindurchläuft. Sie können aber auch zwischen den Linien existieren. So, und das sind die beiden Varianten. Was anderes gibt es nicht. Und wie diese Noten jetzt heißen, sagt uns das Alphabet. Und das wird jetzt erstmal ein kleines bisschen verwirrend sein, aber keine Sorge, es wird nachher Klick machen. Denn, wenn diese Note G heißt, dann würdest du ja sagen, im Alphabet nach G kommt ja H. C, D, E, F, G, H. In der Musik ist das aber jetzt nicht so. Und jetzt kommt der erste große Schockmoment für dich, wenn ich dir sage, hier kommt jetzt ein A. Und du bist so, warum? Warum? Was soll das? Das erkläre ich dir gleich. Keine Sorge. Diese beiden Noten gucken wir uns jetzt erstmal an und schauen in Verbindung mit der Gitarre, wie wir die auf dem Griffbrett spielen können. Und auch hier werden für dich jetzt erstmal ein paar Momente sein, wo du sagst, hä? Bleib dran und du wirst, ah, Momente haben. Wir haben hier nämlich im dritten Bund auf der dünnen E-Seite den Ton G. Das ist er. Das ist unser G. Den, den du hier siehst und jetzt auch hörst, das ist ein G. Das A liegt hier, zwei Bünde rechts daneben. Und jetzt spiele ich den mal abwechselnd. G, A, G, A. Das sind die beiden Noten. Und warum ich jetzt genau hier im dritten Bund und im fünften Bund abdrücke, das ist für dich jetzt gerade nicht so mega wichtig. Für dich ist jetzt erstmal wichtig, dass du siehst, es gibt diese visuelle Darstellung der Noten und es gibt eine Übertragung auf das Instrument. Und die ist anfangs total verwirrend. Wo die meisten Leute dann irgendwann in den Screensaver-Mode gehen und so, äh, das ist mir zu kompliziert, das ist nichts für mich. Ich brauche keine Theorie. Alles Quatsch. Also, die Theorie ist eine sehr geile, spaßige Sache, wenn du mal einmal so ein bisschen da reingetaucht bist. Wir gehen weiter und werden jetzt uns mal anschauen, wie die nächsten Noten denn heißen. Und keine Sorge, denn jetzt kommt die erste Logik ins Spiel. Nach unserem A kommt nämlich dann jetzt das B. Als wäre jetzt nicht schon alles kompliziert genug, müsste ich jetzt eine kleine Detour machen, also einen Umweg und die einmal erklären, warum das in Deutschland nicht so ist. Hier nennen wir das H. Das ist unnötig kompliziert. Es ist in allen Büchern immer noch drin und auch die großen deutschen Komponisten haben eben diese Schreibweise benutzt. Ich habe es im Studium auch gelernt. Ich benutze jetzt aber das B, einfach damit es gerade logisch ist und ich dich nicht noch mehr verwirre. Und zwar geht es jetzt weiter mit dem C. Hey, da ist es, das C, A, B, C. Geil, oder? Wir gucken uns an, wie das auf der Gitarre aussieht. Hier ist das G, hier ist das A, hier ist das B und hier ist das C. Und du erkennst schon was. Dann werden wir das mal spielen. Das tut sich auch fast an wie alle meine Entchen, oder? So ein bisschen hoch. Alle meine, das fängt an wie alle meine Entchen. Und das ist auch ein Ausschnitt aus einer Tonleiter. Du siehst diese Töne, die gehen so wie auf einer Leiter immer weiter nach oben. Und das ist auch erstmal wunderbar. So, und wir machen weiter damit, weil wir verstehen wollen, wie diese Dinger genannt werden und wo deren genaue Positionen sind. So, wir haben C. Jetzt nach C kommt das D. Geil. Mega. Das ist doch einfach nur hart. So, und jetzt haben wir E. Wie geil. Es wird immer geiler. So, jetzt haben wir F. Mal kopieren hier. So, wunderbar. Und dann, jetzt wird es interessant, machen wir doch das G. Richtig. Warum wird es jetzt interessant? Das zeige ich dir jetzt. So. Da sind wir wieder beim G. Jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert. Wir sind wieder beim G. Genau. Wir haben nämlich mit G angefangen. Und zwar so, dass eine Linie durch die Note hindurch geht. Guck mal, da geht eine Linie durch. What the fuck? Und hier haben wir nochmal G und da geht auf einmal keine Linie mehr durch. Ich meine, wer hat sich das denn ausgedacht? Das ist doch alles überhaupt nicht logisch. Doch is it. Und keine Sorge, du wirst das alles begreifen. Das ist eine erste Einführung. Und wir gucken uns das auf der Gitarre an. Wir starten auf der dünnen E-Seite und haben hier das G im dritten Boot. Das ist das A, das ist das B, das ist das C, das ist das D, das ist das E und das ist das F. Und das ist das G. Und jetzt sind wir wieder beim G gelandet. Und jetzt vergleich doch mal diese beiden Gs. Sind die nicht einfach irre? Das sind beides die Töne G. Aber die klingen anders. Dennoch haben sie eine Ähnlichkeit und zwar schwingen sie in einem sehr gleichen Verhältnis. So ganz, ganz einfach erklärt ist dieses G die Hälfte von diesem G. Also es schwingt im Prinzip doppelt so schnell. Das ist ganz grob erklärt. Ich habe von der ganzen Physik kaum Ahnung. Es interessiert mich auch recht wenig. Aber zu verstehen, dass der Ton vom Gefühl her gleich klingt, aber in einem höheren Register. Das ist die erste Realisierung der Oktave. Dass man versteht, Oktave, da ist die Zahl 8 drin. Der Oktopus. Und wir zählen mal, wie viele Töne wir haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, deshalb heißt das Oktave. Auf dem Blatt Papier sehen wir hier ganz deutlich, dass es 8 verschiedene Töne sind. Auf der Gitarre auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das zu verstehen, dass das für jeden Einzelnen dieser Töne gilt, ist die erste große Realisation der Musik. Dass du das verstehst. Dass du weißt, hier der Doppelpunkt auf der Gitarre, der hat einen Zweck. Der dient dazu, dir zu zeigen, ey, hier wiederholt sich alles. Die dicke E-Saite, die heißt E-Saite, weil der Ton eben E heißt. Und hier oben im 12. Bund wiederholt sich der. Das ist eine Oktave. Hör mal genau hin. Spiel mal mit Plektrum. So, das ist eine Oktave. Und auch hier die A-Saite. Leere A-Saite. 12. Bund. Jawohl. Das ist eine Oktave. Und wenn du noch nicht so dieses Verständnis hast, wie sich so eine Oktave im inneren Ohr oder auch beim Hören anfühlt, dann lohnt es sich, mit einer App zu arbeiten. Das ist direkt eine Empfehlung, die ich rausgebe. Ich bin nicht gesponsert oder so. Und zwar der Functional Ear Trainer. Wenn du also schon dich auf der Gitarre ein bisschen auskennst, du hast schon ein paar Songs gespielt, empfehle ich dir unbedingt mal mit so einer App zu arbeiten, damit du dein Gehör trainieren kannst. Das ist super, super wichtig. Lass gerne ein Like da. Und du darfst auch herzlich gerne subscriben. Hier kommen nämlich in Zukunft mehr solcher Videos. Und es hat mir auf jeden Fall mega Bock gemacht, dir das hier zu zeigen. Und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.